Ich habe hier eine Aufbewahrungsbox bekommen und zwar von Inzeno. Die ist 1,75 x 75 x 55 cm groß und die schauen wir uns jetzt einmal an. Wenn dir dieses Video gleich gefällt, dann abonniere doch unseren Kanal und drücke auf die Glocke. Somit verpasst du zukünftig kein weiteres Video. Das ist also eingepackt in einer Tasche und wir holen die mal raus. Und da soll jede Menge reingehen. Sehr klein, also zu verstauen, wenn man sie nicht braucht. Und ich brauche die mal hier auf dem Tisch auf. Gucken wir mal, wie das ausschaut. Also ihr seht schon, wie es ist. Ungefähr so groß wie der Tisch. Und ich suche jetzt mal die Öffnung. Ahja, hier und da halb. Und dann hier. Die ganze Box ist wacherdicht. Und ich fange mal an jetzt und lege unsere Kämpfe hier rein. Okay. Dadurch, dass der Reißverschluss hier unten drunter ist, ist das ganze wasserdicht und wie ihr seht, ihr passt noch jede Menge mehr rein. Die ganze Box wäre auch eine große Tasche tragbar, also eine riesen Tasche. So könnt ihr die überall verstauen, wenn ihr das jetzt draußen stehen lassen oder auch in den Kellerräumen, das funktioniert halt super. Also, tolle Sache, ich empfehle euch mal den Link unten in der Videobeschreibung und oben in der Infokarte. Schaut einfach mal rein, hier von Enzeno Home & Outdoor. Wir hoffen unser Video hat dir gefallen, abonniere doch einfach unseren Kanal, drücke auf die Glocke und du verpasst zukünftig kein weiteres Video mehr.